Hallo und Glück auf, liebe Erstsemester. Mein Name ist Johanna und ich begrüße euch zu den Couchgesprächen. Heute bin ich wieder mit meinem mobilen Wohnzimmer auf dem Campus unterwegs und habe mir neue und interessante Gäste eingeladen. Genau, ich bin Maximilian, studiere im sechsten Semester Angewandte Mathematik und freue mich, heute hier sein zu dürfen. Warum studierst du denn Mathe? Also was motiviert dich denn dazu? Grundsätzlich motiviert mich an Mathematik, dass man es überall anwenden kann, dass man es überall finden kann und dass man alles irgendwie mathematisch beschreiben kann, analysieren kann und dann Probleme von der Seite her aus angehen kann, das ist, das finde ich einfach faszinierend, dass man im Laufe des Studiums merkt, das Zeug steckt wirklich überall drin und das finde ich so klasse. Das klingt jetzt sehr allgemein und auch ziemlich theoretisch. Was machst du denn dann in der Praxis damit? In der Praxis lassen sich ja viele Sachen damit machen. Zum Beispiel nehmen wir Storastik und Wahrscheinlichkeitstheorie, ganz abstrakt genommen Maßtheorie, auf dem das Ganze passiert, lässt sich dann in der Versicherungsmathematik anwenden. Man kann dann zum Beispiel aktuar werden mit abgeschlossenem Mathematikstudium und arbeitet dann eben als Risikomathematiker für Versicherung. Oder man geht zum Beispiel als Numeriker oder Simulationsexperte irgendwo in die Forschung, in die Labore und hilft den Leuten da als mathematischer Experte sozusagen. Genau, das wären so zwei Anwendungsbeispiele. Danke. Jetzt in dem Studium, gibt es da Sachen, die dich besonders faszinieren oder Sachen, die dir am besten gefallen haben? Am besten hat mir eigentlich immer die Numerik gefallen, also wo es dann eben vor allem darum geht, mathematische Gebiete irgendwo in eine computerfreundliche Umgebung zu fassen, dort zu simulieren und zum Beispiel, das ist das Beispiel, maschinelles Lernen. Wir hatten ein Praktikum in maschinellem Lernen gehabt und da sind so viele Sachen von außerhalb eingeflossen der Mathematik, Optimierungsverfahren, ganz viele Algorithmen, die man eben vorher gelernt hat in der Theorie und dann auf einmal in der Praxis Anwendung gefunden haben und auf einmal tut dieses neuronale Netz dann dir ganz tolle Ergebnisse ausspucken, die es dann eben gelernt hat. Das fand ich ganz faszinierend. Cool. Würdest du also nochmal Mathis studieren? Auf jeden Fall. Also auch wenn ich einen Einblick hatte in viele andere Teilgebiete und die Nebenfächer und alles, die sehr interessant waren, aber mir würde der mathematische Background fehlen, wenn ich jetzt irgendwas anderes studieren würde, weil das ist ja, das finde ich ja ganz cool, dass man immer weiß, wenn man irgendwo ein Nebenfach hat, dass man weiß, ah ja, das hängt mathematisch da und damit zusammen und da weiß man ein bisschen mehr als die anderen dort und das ist, ja, das würde ich nie wieder ablegen wollen, das finde ich ganz cool. Alles klar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Gespräch und hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder bei den Couchgesprächen dabei, wenn ich andere interessante Gäste eingeladen habe. In der Zwischenzeit könnt ihr euch jederzeit auf unserer Website, der Uni Now App oder auf Instagram über aktuelle Termine und Veranstaltungen informieren. Ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, Glück auf! Glück auf!